Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße Dich zum zweiten Film der neuen Staffel Sehnsucht 2020. Heute bin ich mit Roland im Baggersee Gießen zum Tauchen. Wenn Dich das interessiert, dann bleib dran. Wir sind erstmal ein Stück rausgeschwommen und kurz vor 10 Uhr tauchen wir gemeinsam ab. Ich bin mal gespannt, ob ich heute mehr Fische filmen kann, als beim Besuch im Brechtsee. Schuss! 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 Und hier ein weiterer Krebs, aber bislang noch keine Fische. Schuss! 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 Hier mal ein paar Muscheln. Und wieder ein Krims. Und wieder ein Krims. Wir sind bereits auf dem Rückweg. Da beginnt Roland mit dem Filmen. Ich schwimme langsam näher und dann kann auch ich diesen tollen Hecht filmen. Ich schwimme langsam näher. Ich schwimme langsam näher. Ich schwimme langsam näher. Ich schwimme langsam näher. Und jetzt tauchen wir langsam auf und beenden diesen Tauchgang. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.